Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK Survival Evolved. Hier auf einem neuen Server mit ein paar netten Leuten. Collecting some. Ja. Ich bin gut ausgestattet, danke. Jetzt mal gucken. Gut. Können wir mal kurz was mitnehmen. Ähm, der beißt einmal zu und das war's. Das finde ich sehr interessant. Hm. Ich würde mal sagen, er schreibt irgendwas. Okay. Leute. Ich hab ein Level. Ich hab ein Level ab, aber ich sollte mal versuchen hinterher zu kommen. Oh. Lag. Ich folge auffällig. Ähm, was geht denn mit denen ab? Die greifen auch sonst nie an. Was für ein Level sind wir jetzt eigentlich? Level 9. Und ich kann mich nicht mehr... Wow. Hallo? Rechts vor links und so. Aber das scheint ja für Dinos nicht mehr zu zählen. So, holen wir mal ganz kurz. Zack. Hi, Raptor. Der hat ein Fernglas. Das scheint ja doch ganz praktisch zu sein. Too low. Okay. Ja, alles klar. Oh, ich saß da gerade. Wow. Da geht's vorwärts. In der Zeit gucken wir mal ganz kurz. Wir könnten mal ein wenig das Wasser erhöhen. Äh, ernsthaft jetzt? Wir heben nochmal den Movement Speed ein bisschen an. Yay, 2 Level Ups. We need to... Hat der gerade wirklich gesagt, ein Level 75er Skorpion? Alter, weg hier! Es ist schon interessant. Aber so sehen wir mal ganz andere Seiten des Spiels. Und... Crafting Speed. Könnten wir auch mal ein... Noch ein Level. Gehen wir mal wieder auf Stamina. 52 Punkte! Wisst ihr, das erste, was ich jetzt mache, nach Möglichkeit... Wooden Sign. Ach ne. Wooden Wall. Doorframe. Ceiling. Jetzt ist nur die Frage, gibt es da auch ein Dach zu? Habe ich irgendwas im Chat verpasst? Äh. Leute, hier fliegen einmal die Levels um die Ohren. Das ist ja nicht mehr feierlich. Den können wir gebrauchen. Also wir müssen jetzt erstmal gucken. Foundation. Genau. Das ist eine Wand. Ceiling. Ja doch, Ceiling ist doch... Hey, wir können uns gleich schon eine Holzhütte bauen. Nehme ich auch mal mit. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Das finde ich ja schon richtig praktisch. Dafür braucht man einfach... Ich habe 80 Wood. Habe ich doch gar nicht. 10? Sag ich doch. Ne. Ich brauche... Ach du Scheiße. Crystal. Wo kriege ich denn die her? Aber hey, das heißt wir können uns endlich eine gescheite Hütte bauen. Nope. Gut. Dann können wir in der Zeit nochmal ganz schnell... Wir sind auf Level 14. Ich habe immer noch 16 Punkte. Was mache ich denn damit? Blood? Nein. Flag? Nein. Standing Torch brauchen wir nicht. Kochtop? Kann man bestimmt irgendwann gebrauchen. Gunpowder und eine Knarre. Was denn das? Was? Was? No. Oder? Wo ich es gerade gesehen habe. In einem Level können wir Pfeil und Bogen herstellen. Wo ich mich auch schon sehr toll finde. Aber dafür fehlen wir dann wahrscheinlich wieder. Obwohl ich habe noch 16 Punkte. Dann heißt es, ich haue jetzt erstmal keine. Aber mal ganz kurz gucken. Was kommt denn da alles noch? Ach du Scheiße. Einiges. Okay. Okay. So. Ich brauche noch ein Level. Komm ab. Put it down. Wasser. Wasser. So. In der Zeit einfach mal sinnlos was sammeln. Wie er gesagt hat. Das gibt nämlich. Oh oh. Oh hier. Oh oh. Ach. Ich sehe gerade. Man muss das richtige Essen da reinpacken. Das ist Level 100. Naja. Moment. Hat er Level 75. Was braucht der denn? Was hat denn der da jetzt reingepackt? Raw Meat. Okay. Okay. See ya. Gibt es hier irgendwas was ich töten könnte? Damit ich auch ein paar Punkte kriege. Naja. Wir kloppen hier mal ein bisschen sinnlos auf Steine rum. Gibt ja alles Punkte. Ich merke gerade. I need food. Das könnte ich eigentlich mal droppen. Merke ich gerade. Wo geht denn das Essen gerade hin? In die richtige Richtung. Das finde ich gut. Hauen wir nochmal ein paar Bären hinterher. Metal brauche ich auch nicht. Drop. Und weiter drauf ein. Aber das gibt ja alles schöne Erfahrungspunkte. Wenn ich das richtig sehe. Weil es leuchtet ja. Ja. Das sehe ich ja jetzt erst. Jedes Mal wenn es leuchtet gibt es Erfahrungspunkte. Also kloppen wir einfach mal auf alles was hier ist. Das ist ja nicht so als hätten wir nichts. So. Und ich schluck Wasser für zwischendurch. Ein Stego hinter mir. Ich mag Stego-Saurier. Gleich habe ich eh wieder zu viel Zeug dabei. Habe ja jetzt schon genug zu viel Zeug. So. Drop. Langt's. Ja. Gleich aber wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe hier gerade Zeug sammelt ohne Ende. Aber das ist gut. Ach. Kack, kack. Hier war da noch einer. Yay. Ich weiß zwar nicht was ich mit dem ganzen Zeug machen soll. Aber wir haben hier zu viel. Und das Tame von dem Skorpion da unten. Das dauert eh ewig. Oh. Jetzt habe ich mittlerweile hier alles abgebaut. Wo ist der Skorpion hin? Da. Das ist so. Noch einmal Grüße an den lieben Troplay. Der spielt gerade Savage Lance. Ich habe so viel Zeug dabei. Gibt's nicht. Alles noch mal hier. Halbieren. Brauchen wir eh im Moment nicht. Na komm schon. Level up. Level up. Level up. Level up. Oh. Level. Level up. Hehehe. Ja. Ich weiß. Eigentlich geht's anders. Ah. Wann geht das Ding jetzt kaputt? Das passt mir gar nicht. In der Zwischenzeit nehmen wir das andere. Zack. 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 Komm schon. Bin kurz davor. Sehr kurz. Spring um. Spring noch um. Bitte. 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 Man. Hier sind noch ein Stein. Stein. Komm schon. Tu mir doch den Gefallen und spring endlich um. Ich könnte ja mal einen Dino töten. Schon wieder was kaputt gegangen. Oh na endlich. So. Was machen wir denn jetzt mal hoch? Was auch immer das ist. Gehen wir mal hier runter und gucken wir eine an. Zack. Zack. I have to bow. Was brauchen wir denn da für? Als hätten wir nicht genug davon. Kraft. Und Kraft komplett. Zwischendrin wollen wir den mal reparieren. Wann geht denn das jetzt nicht? Jo. Was brauche ich zum reparieren? Jetzt fehlt es mir an Fetch. Das gibt es ja jetzt nicht. Ja. Ich will nur noch gucken. Wo habe ich denn jetzt hingesetzt? Auf sieben. Leute. Wir haben einen Bogen. Er braucht meine Pfeile. Drop. Jo. Und die kullern natürlich jetzt schön darunter. Jetzt tötet er den. Irgendwie will der nicht sterben. Boah. Was hält der denn aus? Und wieder ein Level ab, weil wir das Vieh jetzt getötet haben. Das finde ich sehr gut. Gehen wir nochmal ein bisschen auf. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin da? Wir haben endlich einen Bogen. Gehen wir mal ein bisschen auf die Pfeile. Ach Leute. So macht das doch richtig Spaß. Ich habe noch keine Pfeile mehr. Der hat meine Pfeile. Da ist ein Dilo. Kann ich den mit so einen Spern? Ist in meiner Wasserflasche noch was drin? Gibt natürlich jetzt alles richtig schön Punkte hier. Mann, ich will mal den Bogen austesten. Aber wie ich das tue, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Gehabt euch wohl und tschüss.